Wir sind hier bei Satellite Factory. Ja, ich habe jetzt mal mich versucht in einem Rundbau, also ein Gebäude rund zu machen. Ist relativ gut gelungen, mit einer kleinen Glaskuppel. Das nennen wir unser Labor. Warum Labor? Das werdet ihr jetzt gleich sehen. So, das wird unser Labor. Ja, klein, fein, schnuckelig. So, wir brauchen Kunststoff. Schwere Rahmen, wo sind die? Hier. Platinen. Oder wie sie heißen, hier. Genau. Und wir brauchen 100 Einheiten bepackter Treibstoff. So, mal gucken, wie viel das dann ist. Okay. So, zack. Schauen wir mal. Auf jeden Fall läuft jetzt hier der Treibstoff rein. Hier haben wir das Wasser. Hier ist dann der Treibstoff. Mal gucken. Okay. Okay. Warum hier? Verstehe ich nicht. Hm. Gut. Ach so, die haben wir gar keinen Strom. Genau. Warte mal. Die müssen wir auch schon mal damit Strom versorgen. Na? Denn ohne Strom können die nicht arbeiten, die Teile. So, haben wir. Kommt jetzt hier alles rein, was sie brauchen. Ja, und dann können wir die Sachen alle schön versorgen. Kann man ein richtig cooles, schickes Labor aufbauen. Und dann, äh, sieht das so aus. Wir haben jetzt mal die Farbe gelb genommen, finde ich. Ich glaube, das sieht ganz, ganz schick aus. Hm. Aber schreibt es doch gerne in den Kommentaren, wie ihr das findet. Würde mich mal interessieren. Würde mich mal interessieren. So, dann warten wir mal, bis das alles da reingelaufen ist. Ich glaube, dass wir noch ein bisschen was dann brauchen. Haben wir da überhaupt noch was von? Äh, ich glaube nicht. Nee, da haben wir gar nichts davon da. Das ist jetzt mal nicht gut. Das heißt, wird gleich zur Ölproduktion rüberfliegen müssen. Und da mal eine kleine Menge, also eine, eine Apfelstation Ausstellung für Traubstoff. Reicht ja, die muss ja nicht viel machen. Aber nur so ein 500er Stack, da muss ja eigentlich passen. Hoffe ich. Mal gucken. So. Zack. Sollte passen. Schwupps. Oh, die Kanister, die können wir dann wiederverwenden. Das ist ja nicht so schlimm. So, wie fahren wir jetzt mal hier drunter. So. Was soll ich denn sagen? Wir können hier. Mal gucken. Das ist STRG-C. Ups, STRG-V. Oh. Aber das, ne, gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So, wir fahren hier noch drunter. 30 Kubik. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Wir könnten ja theoretisch die mal Upgraden auf MK2. Ja, geht ein bisschen mehr durch jetzt, glaube ich. Ne, geht nicht mehr durch. Ja, gut. Das sieht cool aus, hoffe ich. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder das ging nicht, glaube ich, ne? Ich glaube, das ging nicht. Ja, damit sich das Gleis noch mal ein bisschen umlegen. Aber das wäre jetzt nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Das machen wir mal eben. Das kriegen wir doch hin. So. 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 Dann machen wir das mal eben weg hier. Und zwar wird das dann so hier lang gelegt. Und dann... So müsste es doch besser passen. Das werden wir noch herausfinden. Dann können wir das hier zubauen. So. Das muss auf ein Fenster rein. Das sieht einheitlich aus. Das Wasser doch. Hier bin ich überlegen. Ja, hier machen wir das auch mal hinweg. Dann kommt das hier hin. So. Dann kommt das hier hin. So. Dann kommt hier noch ein Fahrtsignal hin. Dann passt das. Dann passt das. So. Aber damit endet diese Folge. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.